Im Snagit 2023 kann ich während der Aufnahme Ergänzungen hinzufügen in Form eines Pfeils oder von Rechtecken bzw. von nummerierten Listenpunkten. Das funktioniert ganz einfach. Wenn ich im Videomodus hier bin, bei der Aufnahme und Aufnahme wähle, wähle ich jetzt hier das Vollbild und wenn ich meine Aufnahme starte, sehe ich links davon ein kleines Icon. Dieses Icon, da kann ich bestimmen, welche Art von Ergänzung ich jetzt ausführe. Und zwar gibt es einen Pfeil, Tastenkürzel A, es gibt ein Rechteck, Tastenkürzel R und eine Liste, da fängt das Tastenkürzel einfach mit der 1 an. Dann kann ich hier noch die Farben auswählen. Die Farben beziehen sich auf die aktuell im Editor von Snagit ausgewählten Farben, also das ausgewählte Farbschema wird hier übernommen, so dass ich also auch mit meinen Corporate Design Farben arbeiten kann. Ich lasse das mal in diesem lachsfarbenen Ton hier im Moment und ziehe das vielleicht noch ein kleines bisschen weg hier, damit das mich nicht bei der Aufnahme stört. Wenn ich jetzt die Aufnahme starte und jetzt kann ich ganz einfach zum Beispiel, ich habe die Nummerierung ausgewählt, sagen, ja, wählen Sie erst den Kurs aus und dann klicken Sie auf Weiter. Diese Elemente verschwinden nach einer kurzen Zeit wieder. Ich kann jetzt aber auch noch zum Beispiel ein Rechteck zeichnen, einfach die Taste R drücken und dann hier zum Beispiel sagen, ja, hier müssten Sie dann raufklicken, um die nächste Formularseite aufzumachen. Und so kann ich mein Video entsprechend mit Elementen versehen. So sieht das Ganze dann aus, wenn man es als fertiges Video abspielt. Die zweite sehr schöne Neuerung bezieht sich auf das Weitergeben von Screenshots beziehungsweise Videos. Dafür gibt es jetzt an der Stelle rechts oben, wo früher immer das reine Weitergeben stand, steht jetzt Link teilen. Wenn ich darauf klicke, dann wird dieser Screenshot hochgeladen und ich habe einen Link in meiner Zwischenablage, den ich zum Beispiel ganz einfach in meinen Teams Chat posten kann. Und wenn ich einen kleinen Moment warte, dann sieht man schon die Vorschau des Ganzen. Dann poste ich den und rufe ihn auch gleich mal hier drüber auf. Vielleicht erkennen das einige User. Das sieht sehr ähnlich aus wie dem Textmiss Service Video Review. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel weitere Anmerkungen machen. Wenn ich nicht eingeloggt bin, gebe ich hier einfach einen Namen ein und kann jetzt hier zum Beispiel einen Pfeil malen, kann auch nachträglich noch die Farbe entsprechend ändern, wenn ich es ausgewählt habe. Und kann ein Textkommentar machen. Und wenn ich den dann zuweise, dann können denen alle sehen, die ich eingeladen habe. Ich kann jetzt hier auch verschiedene Personen einladen und die können dann alle gemeinsam kommentieren. Der große Vorteil von dieser Art ist, dass alle zur Korrektur eingeladenen Personen auch sehen, was die anderen Personen korrigiert haben. so dass, wenn ich da zum Beispiel einen Tippfehler drin hätte, nicht ich fünf Kommentare kriege, da ist ein Tippfehler. Sondern der Erste sieht das, trägt den Fehler ein und alle anderen sehen, ah, das ist schon korrigiert, super, dann kann ich mich auf die anderen Sachen konzentrieren. Das ist wirklich eine super tolle Neuerung für die Zusammenarbeit. Ich verstehe die Welle von euch. Das ist wirklich og cases, wenn ich da zum Beispiel etwas Ver denyen, deutlich l oranges Siege von euch. Vielen Dank.